Der Hut ist zwar nicht blau, aber das neue Fedora 37 ist endlich nach langer Verzögerung da. Das heißt, wir können jetzt endlich upgraden. Wer von Fedora 36 auf 37 upgraden kann, das zeige ich ebenfalls in diesem Video. So wie die Neuheiten, so die rudimentären Neuheiten, die es dabei gibt. Es gibt bei Fedora natürlich über Kleinigkeiten, Neuheiten, über tausende Neuheiten sind dabei. Die wichtigsten besprechen wir jetzt. Fedora selbst, wer es noch nicht kennt, es ist ein Upstream von Red Hat und beinhaltet die modernsten Funktionen, die auch später vielleicht dann in Red Hat einfließen werden. Das heißt, wir haben hier die aktuellsten Technologien, aktuellsten Softwarepakete, die installiert werden. Und so kommt Fedora 37 auch schon mit dem Linux-Kernel 6.0 einher. Das eben der Grund war für die fast einmonatige Verzögerung. Auch ist Gnome 43 dabei, das ist natürlich die offensichtlichste Änderung, wo wir sehen können, wie sich die Oberfläche weiterentwickelt hat und welche Anpassungen hier gemacht sind. Das schauen wir uns dann auch gleich nach dem Upgrade an. Und natürlich werden auch einige Apps, wie zum Beispiel die Kalender-App überarbeitet, Maps-App, alles auf GTK 4 gebracht, viele davon. Das heißt, wir haben hier eine flüssigere App und ein moderneres Aussehen. Zudem ist es jetzt neu dabei, dass Fedora erstmals Raspberry Pi 4 unterstützt, offiziell unterstützt und das sogar mit beschleunigter Grafik dank dem Linux-Kernel 6.0. Zudem gibt es jetzt zwei weitere neue offizielle Releases bei Fedora, nämlich die Fedora Core OS für eine Minimalfokus-Installation, die sich eben auf Container fokussiert und eine Fedora Cloud für Public und Private Cloud-Fokus direkt angesprochen. Zudem gibt es nach wie vor die weiteren Downloads für Workstation, Server, Internet of Things, Images ebenfalls verfügbar. Die Packages wurden upgedatet wie Python 3.11 und Golang und es gibt natürlich noch Fedora Spins mit alternativen Oberflächen wie der KDE Plasma oder der XF-CE Oberfläche. Beginnen wir jetzt einmal mit dem Upgrade von Fedora 36 auf 37 und nachher sehen wir uns an, was hat sich hier verändert, was ist neu. Wenn du dein Upgrade nicht durchführen willst, dann spule einfach das Video ein wenig vor. So, wir befinden uns hier jetzt noch auf einer Fedora 36 Installation auf Gnome 42, 64-Bit-System. Also hier haben wir ein ganz kleines System mit dem Intel Celeron, 8 GB RAM und Hardware-Modell hier Shuttle Inc. DH 610. Gut, was haben wir hier? Festplattenkapazität 120 GB. Wir wollen jetzt ein Upgrade durchführen auf das aktuellste Fedora 37. Dazu müssen wir auf jeden Fall zuerst alle Pakete updaten, auf den neuesten Stand bringen und das am besten über das Terminal. Das heißt, wir gehen ins Terminal hinein. Ich mache das hier mal ein bisschen größer und gehen in die Mitte hier und sagen einfach sudo dnf-update und laden uns einfach alle fügbaren Update-Versionen herunter, die es gibt. Wichtiger Hinweis noch, vor einem Upgrade und generell Updates allgemein empfiehlt es sich immer, ein Backup der wichtigsten Daten zu haben, weil es kann immer wieder was schiefgehen, also unbedingt Backup der Daten machen. Sollte irgendwas schiefgehen, können wir dann neu installieren und die Daten dann wieder rücksichern. Das heißt, auch hier gilt, wie immer und überall sichern der Daten. Das sollte man auf jeden Fall machen. Man vergisst es, man vernachlässigt es, wenn die Daten weg sind, ist der Aufregung groß, der Schrei groß und das ist einfach vorzubeugen, indem wir einfach mal ein Backup machen. Das ist jetzt nicht, als würden wir eine Stunde Sport machen oder Sonstiges. Nein, wir geben einfach nur ein paar Zeilen ein, kopieren das auf eine externe Festplatte. Die Arbeit erledigt eigentlich ja der Computer für uns. Wenn wir das nicht schon automatisiert haben. Ja, und jetzt laden wir einfach mal die Updates herunter. Ich habe hier gerade ein frisch installiertes Fedora 36 und wir sehen auch hier, hier gibt es natürlich noch viele Updates zu machen. Das Ganze werde ich einfach mal vorspulen. Gut, nachdem wir hier so viele Updates durchgeführt haben und auch ein neuer Kernel installiert wurde, ist, reboot ich das System einmal sicherheitshalber, um danach weiter fortzufahren. Wir machen dann nochmal ein Upgrade-Refresh durch, um zu prüfen, ob wirklich alle Pakete aus dem Fedora 36 auf dem aktuellsten Stand sind, damit wir das dann auf das Fedora 37 upgraden können. So, der reboot ist jetzt durchgeführt worden und wir gehen jetzt weiter. Ich mache das nochmal eine Spurgröße. Jetzt sagen wir sudo dnf-upgrade-refresh, um eben zu prüfen, ob alle Pakete refreshed worden sind, beziehungsweise auch auf dem aktuellsten Repo-Status sind und wir installieren uns eben dann das dnf-plugin-system-upgrade. Falls das nicht schon auf dem System ist, sudo dnf-install dnf-plugin-system-upgrade. Das haben wir schon auf unserem System drauf. Jetzt switchen wir auf das neue Repository, nämlich mit sudo dnf-system-upgrade-download-release-ver ist gleich 37. Bestätigen das Ganze, da kriegen wir schon die Warnung. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass alle Aktualisierungen installiert sind. Das kann durch den Aufruf dnf-refresh-upgrade erfolgen. Wollen Sie fortfahren? Ja, das haben wir gemacht. Wir bestätigen mit J und jetzt sehen wir schon, wird auf Fedora 37 umgeswitcht. Danach werden die Pakete installiert. Hier müssten wir noch einmal mit J bestätigen und auch die GPG-Keys bestätigen. Und das kann jetzt eine Weile dauern. Das werde ich natürlich vorspulen. Wir bestätigen mit J. Und hier sehen wir, 1812 Pakete werden da jetzt geladen. Und je nachdem auch wie schnell die Internetverbindung ist, wird das eine Weile dauern. Nun müssten wir auch die GPG-Schlüssel importieren für das weitere Repository. Bestätigen nochmal mit J natürlich oder mit Y. Gut, nachdem das alles erfolgreich abgeschlossen worden ist, sehen wir auch hier, verwenden Sie, download abgeschlossen, dnf-system-upgrade-reboot und dann wird der Upgrade-Prozess gestartet. Jetzt haben wir alle Pakete heruntergeladen und danach eben wird das jetzt installiert. dnf-system-upgrade-reboot und sind mal gespannt, was uns jetzt dann erwartet. Jetzt startet das System neu. Ich bin hier auf dem Shuttle XPC Slim PC auf einem nativen Maschine. Deshalb sehen wir auch hier einen Ami-Bios mit einem Intel Celeron G6900 Prozessor. Jetzt nichts Performantes, aber auf jeden Fall ausreichend für unser System. Und jetzt sehen wir jetzt auch, System-upgrade wird durchgeführt, schalten Sie den PC nicht aus, 0% abgeschlossen. Das kann jetzt einige Minuten dauern, bis die ganzen Pakete entpackt sind, installiert sind und das System dann neu gestartet wird. Ich werde das natürlich weiter vorspulen. So, jetzt hat er das Upgrade durchgeführt. Wir loggen uns jetzt nochmal neu ein und überprüfen das Ganze, wie es jetzt aussieht, wo wir Änderungen sehen. Wir sehen schon mal, wir haben einen neuen Hintergrundbildschirm bekommen und auch optisch haben wir unten die klassischen Icon-Software. Nautilus, Kalender, Firefox, das ist auf der rechten oberen Seite, sehen wir wahrscheinlich die deutlichste Änderung mit Gnome 43. Hier ist das Menü ganz anders verschachtelt und wir haben hier viel weitere Auswahloptionen. Zum einen haben wir hier direkt die Möglichkeit, den Tonausgang zu wählen, Nachtmodus, dunkle Ansicht und die Profile zu ändern, als auch das WLAN oder die LAN-Verbindungen hier anzupassen und wir haben hier direkt die Möglichkeit, Screenshots zu machen. Viele wussten wahrscheinlich vorher gar nicht, wie man hier Screenshots macht und hier kann man einfach ganzen Bildschirm auswählen, einzelne Fenster oder auch eine Videoaufnahme mit dem Screenshot-Tool durchführen. Eine weitere großartige Neuerung ist die Sicherheit. Wenn wir auf die Einstellungen schauen, gibt es einen neuen Punkt, der unter Datenschutz zu finden ist, Gerätesicherheit und hier gibt es verschiedene Sicherheitsstufen. Ich habe hier Sicherheitsstufe 0, wenn wir hier zum Beispiel TPM aktivieren, kommen wir auf Sicherheitsstufe 1 und auch das BIOS dementsprechend anpassen. Gesicherter System schaut, Secure Boot ist ausgeschaltet, das heißt hier erinnert er mich dran, ich soll Secure Boot aktivieren. Dann haben wir hier auch einen grünen Haken und auch hier unten gibt es Security Events, die uns angezeigt werden jetzt. Unter der Haube hat sich eine Menge natürlich getan und auch bei dem Kalender sehen wir auf der linken Seite jetzt die einzelnen Events hier aufgelistet. Dann auch eben Nautilus im Dateimanager, wenn wir hier hinein sehen, sehen wir auch hier Infos zu Dateien auf Version 43. Wenn wir uns die Einstellungen hier ansehen, das wurde überarbeitet. Wir haben jetzt hier so eine Art optischen Hamburger Menü, das heißt hier immer so zwei Scheiben und hier nochmal ein Kontext, zwei Scheiben und so weiter, damit man das Ganze besser ansehen kann und sich optisch durchsehen kann. Auch das Verhalten des Browsers, wir können hier jetzt oben einfach hier hinklicken und das Ganze hier wegziehen, müssen nicht mehr hier auf den Seiten anklicken. Auch wenn wir zum Beispiel uns die Infos ansehen, das wurde überarbeitet, Eigenschaften, das Infofenster sieht jetzt optisch ansprechender aus und auch wenn wir sagen, wir wollen etwas öffnen mit, hier das Menü ist auch schöner gestaltet worden. Auch die Karten-Apps wurden auf GTK 4 abgegradet und läuft jetzt etwas flüssiger und sieht auch optisch eigentlich jetzt nicht viel anders aus als vorher. Auf jeden Fall hat es hier leichte Updates überall im System gegeben, nicht zuletzt eben durch Gnome 43, aber manche dieser Einstellungen sind ganz spezifisch durch Fedora hinzugefügt worden. Schauen wir mal einen Blick nochmal in die Info der Einstellungen hinein. Hier sehen wir jetzt auch Fedora Linux 37, Gnome 43, Fenstermanager ist nach wie vor Wayland, 120 GB, also die Hardware hat sich natürlich nicht verändert. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Upgrade durchgeführt. Firefox haben jetzt die Version 106 standardmäßig dabei, Einstellungen, also über Firefox, Hilfe, über, bei der Fedora 36 war wir bei Version 100 und auf meiner Webseite findest du deinen aktuellen Blogartikel, renefürst.eu slash blog zu Fedora 37, wo ich alle Änderungen dokumentiert habe, einen Teil der Änderungen und natürlich die Versionshinweise verlinkt habe. Bei Get Fedora kannst du dir natürlich auch die Informationen dazu ausgeben lassen, einfach weiter runter scrollen, dort findest du Informationen, Announcing, Fedora 37, Update und so weiter. Natürlich, wenn das hier nicht mehr aufscheint, einfach auf Fedora Magazine klicken. Was eben neu auch ist, ist Fedora Core OS, das heißt, hier haben wir wieder automatisch aktualisierendes, minimales, containerfokussiertes Betriebssystem, das jetzt auch mit aufgenommen worden ist, sowie Fedora Cloud. Fedora Server ist auch in der offiziellen Ausgabe, wir sehen hier die offiziellen Releases, die sind angewachsen, Internet of Things Geräte, wir haben für Raspberry Pi 4 jetzt offiziellen Support von Fedora Linux erhalten, einschließlich beschleunigter Grafik und vieles davon lässt sich eben hier direkt nachlesen, als auch in den Release Notes zu Fedora 37. Das Ganze ist auch verlinkt in meinem Blogartikel, unten in der Beschreibung findest du dazu noch mehr Informationen. Ja, und was hältst du von Fedora 37? Gefallen dir die Änderungen? Die vielen nicht sichtbaren Änderungen im Hintergrund wirst du ja nicht auf Anhieb merken und lass mir ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Besser wäre es noch ein Kommentar, ob dir Fedora 37 gefällt, vielleicht auch ein Abo und vielleicht sehen wir uns auch im Discord-Kanal selbst. Links dazu findest du wie immer unten in der Beschreibung, auch den Link zu meinem Blog-Eintrag zu Fedora 37. Viel Spaß noch auf meinem YouTube-Kanal und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann und ciao!